Hallo aus dem Historischen Museum Hannover. Wir möchten euch das Thema Bier aus Hannover vorstellen, denn Hannovers Bierbrauer können auf eine lange Tradition zurücksehen. Bereits 1526 erfand Kurt Breuhahn ein helles, obergäriges Bier, das zusammen mit einem Glas Korn Hannovers Kultgetränk Lützschelage wurde und weltberühmt ist. Zusammen mit anderen Braumeistern gründet er die Brauergilde, aus der später die Gilde Brauerei in der Südstadt wurde. Die zweite große Brauerei ist die Privatbrauerei in Herrenhausen, die seit 1868 im Nordwesten der Stadt braut. Die Lindner Aktien Brauerei von 1853 wurde von der Gilde Brauerei übernommen, das Werk geschlossen, aber das Lindner Spezial wird heute noch gebraut. Andere Traditionsbrauereien wie in Ricklinge und Wölfel mussten mit der Zeit ihre Zapfhene trockenlegen und sind nun Geschichte. Wir bieten euch 50 Bilder von Objekten, also Reklameschildern von Bierflaschen und Plakaten. Die liegen alle im TIF-Format bei 300dpi vor. Ihr kriegt die Informationen zu den Objekten und zu der Geschichte der Brauereien. Wir haben euch auch noch zwei Stadtpläne dazu gepackt. Vielleicht wird ja ein Bierstadtplan draus. Was auch immer ihr draus macht. Wir freuen uns drauf.